So Leute, ein schnelles kurzes Video von mir. Heute ist YouTube anscheinend wieder verbuggt. Ich meine, seht euch das an. 323 Kommentare und 46 Einladungen. Ich hab noch nicht reingeguckt. Mal sehen, was da steht. Es sind nur zwei. Hm. Und 46 Einladungen. Mal seeeeen. Eine. Okay, das ist alles, was ich sagen wollte. YouTube hat heute ein paar Bugs. Ich weiß nicht, wie es heute mit dem Upload laufen wird. Ansonsten, bis dann. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es heute mit dem Upload laufen wird.